Hallo und herzlich willkommen bei der Pressekonferenz zum Start der AMS-Argorithmus-Kampagne. Mein Name ist Thomas Lohninger von eBiCenterWorks und ich darf hier heute einführen. Am Podium heute für Sie sind Andreas Zack, Campaigner bei eBiCenterWorks, Leiter der Kampagne und Spezialist für Algorithmenregulierung. Zu seiner Linken haben wir Barbara Blaha vom Momentum-Institut, die ebenfalls Partner bei dieser Kampagne sind. Und zu meiner Rechten Ben Wagner, den Leiter des Sustainable Computing Instituts an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und damit übergebe ich das Wort an Andreas Zack. Danke vielmals. Ja, in den letzten Jahren hat das AMS aufgrund von Kostendruck den sogenannten AMS-Algorithmus erstellen lassen. Es handelt sich dabei um eine Vielzahl von rund 96 Modellen. Ganz genau wissen wir es nicht, aber diese Modelle sollen eben Menschen kategorisieren. Und das Ziel hierbei ist, Kosten einzusparen. Die Menschen werden in drei verschiedene Kategorien eingeteilt, je nachdem, wie viele Chancen ihn dieses System prognostiziert. Hohe, mittlere und niedrige Chancen. Und das Ziel ist, dass man einerseits die Menschen, denen das System hohe Chancen prognostiziert, keine Weiterbildungen ermöglicht. Und den Menschen mit niedrigen Chancen, dass man die an Einrichtungen auslagert, wo sie eine kostengünstigere Betreuung bekommen, als das AMS bereitstellen würde. Wir haben viele Fragen, viele Anfragen an das AMS direkt gestellt und meistens unzureichende Antworten bekommen. Wir haben nach der Software gefragt, dass der Quelltext offengelegt wird. Es sind mit Hinweisen auf Open-Source-Software abgespeist worden, ohne dass wir die Modelle bekommen haben. Wir haben dezidiert nach den Modellen gefragt. Wir haben keine Daten zu den Modellen bekommen. Aber zurück zu dem, was wir wissen. Die Beraterinnen beim AMS bekommen auf ihrem Computer die Einschätzungen des Systems angezeigt. Und es war zuerst ein Testbetrieb. Das ist mittlerweile österreichweit ausgerollt. Das heißt, österreichweit hat jede Beraterin, jeder Berater beim AMS, wenn eine Person zu dieser Person kommt, einen Überblick, wie dieses algorithmische System die Person einschätzt. Und sie sind nicht verpflichtet, sich daran zu halten. Allerdings gerade in Zeiten wie diesen, wo nicht einmal ein Blickkontakt mit den Kundinnen und Kunden des AMS besteht, ist die Wahrscheinlichkeit um einiges höher, dass sie sich an diese Vorgaben des Systems halten. Aber das System hat auch einige technische Tücken. Beginnen wir mal damit, wer vom System hohe Chancen prognostiziert bekommt. Da steckt nämlich eine politische Entscheidung dahinter, dass Menschen, die innerhalb der nächsten sechs Monate prognostiziert einen Job finden, werden keine Weiterbildungen bekommen. Das heißt, alle Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter, die sich vielleicht umschulen lassen wollen, haben nicht die Möglichkeit, weil das System sagt, sie sind hochqualifiziert, sie arbeiten in der Wintersportindustrie, sie werden weiterhin in der Wintersportindustrie arbeiten. Gehen wir zur Kategorie Niedrig. Das AMS hat extrem viele Daten über Menschen gespeichert, aber was zum Bauen dieses Algorithmus benutzt worden ist, lässt einen sich wundern. Zwar fangen wir an mit Geschlechtern. Das System kennt zwei Geschlechter, männlich und weiblich. Das heißt, es berücksichtigt nicht Intermenschen, Transmenschen. Diese Menschen haben auch ein Recht, richtig kategorisiert zu werden. Das tut dieses System nicht. Das ist unserer Meinung nach rechtswidrig. Schauen wir weiter. Das System schaut sich an, wo die Menschen gemeldet sind. Das heißt, je nachdem, wo man wohnt, werden die Menschen eingestuft. Und das macht bei manchen Tätigkeiten vielleicht sogar Sinn. Bei anderen Tätigkeiten, die remote erledigt werden können, ist es relativ irrelevant, wo man wohnt. Und gerade dann auch, wenn man aufgrund des Wohnortes keine Weiterbildung bekommt, zum Beispiel in der IT, für Programmierkurse und so weiter, dann macht es erst recht keinen Sinn, dass es aufgrund des Wohnortes passiert. Staatsbürgerschaften. Das AMS-System kennt drei Staatsbürgerschaften. Österreich, EU und Nicht-EU. Das sind die drei Länder, die dieses System berücksichtigen. Und dass das eine unzureichende Vereinfachung ist, aufgrund derer man niemanden kategorisieren sollte, sollte klar sein. Denn eine Person aus der USA oder aus der Schweiz, die gleichzusetzen mit einer Person, die aus Zentralafrika oder Südafrika oder aus Asien kommt, die Menschen sind nicht gleich. Was da viel mehr Sinn machen würde, wäre, auf Sprachkenntnisse Rücksicht zu nehmen. Sprich die Person Deutsch, sprich die Person Englisch, welche Sprachen spricht diese Person, und sich darauf zu verlassen. Das sind jetzt alles Daten, die wir aus einem Modell wissen. Wie gesagt, es gibt 96 Modelle. Das heißt, wir haben hier einen riesigen Eisberg, von dem wir die Spitze sehen. Und der Großteil dieses Systems ist unter Wasser. Und wir wissen nicht, ob das Boot, auf dem wir uns befinden, schon von diesem Eisberg aufgeschlitzt worden ist und am sinken ist. Oder ob wir noch daran vorbeifahren können. Jedenfalls 1,8 Millionen Euro hat dieses System gekostet. Und es gibt eben 1,8 Millionen gute Gründe, dieses System abzuschalten. Zu den arbeitsmarktpolitischen Implikationen übergebe ich an Barbara Blacher. Vielen Dank, Andreas. Vielleicht ein paar Worte zur Einschätzung dieses AMS-Lagel-Rhythmus in der speziellen Arbeitsmarktsituation, in der wir uns gerade befinden. Kurze Erinnerung, wir haben aktuell eine Rekordarbeitslosigkeit. In der Geschichte der Zweiten Republik hatten wir noch nie eine so hohe Arbeitslosigkeit. Mehr als 470.000 Menschen sind derzeit ohne Arbeit. Im Vergleich dazu haben wir ungefähr 50.000 offene Stellen. Was dabei wichtig ist, das wird in der Debatte oft vergessen, wir sind schon vor der Krise mit 400.000 Arbeitslosen da hineingegangen. Das heißt, wir hatten schon eine extrem hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit. Wir haben also 100.000 in die Nummer der Hälfte ihres Nettoeinkommens auskommen müssen. Und besonders auch viele, wo fraglich ist, ob sie überhaupt in ihren angestammten Branchen wieder einen Job finden werden, wenn ich etwa an die Tourismusbranche denke. Ich erinnere an die hohen Arbeitslosenzahlen, insbesondere in Tirol und in Salzburg, also den wichtigsten touristischen Bundesländern. Und da ist gerade natürlich die Frage, wohin kann ich umschulen und darf ich überhaupt umschulen, natürlich von extremer Relevanz. Auch die Frage, welche Unterstützung bekomme ich. Das nur ein wenig zur Einordnung. Andreas hat schon gesagt, woher kommt die Idee? Die Idee ist nicht, Arbeitslose unbedingt besser zu unterstützen. Die Idee ist auch nicht zwingend, dass man sie schneller wieder in Beschäftigung bringt, sondern das Hauptargument für diesen Algorithmus ist, wir müssen Kosten sparen. Das ist auch keine Annahme von uns. Das lässt sich in zahlreichen offiziellen Statements von AMS wie auch vom Ministerium durchaus nachlesen. Möglichst viele Arbeitslose mit wenig, möglichst wenig Personal zu betreuen, das soll dieser Algorithmus ermöglichen. Und jetzt wissen wir aber, dass wir schon vor der Krise einen Betreuer, eine Betreuerin für rund 200 Arbeitslose hatten. Neue Mittel für Umschulungen, Weiterqualifizierungsmaßnahmen, Beschäftigungspolitik im weiteren Sinne sind vage angedeutet, konkret allerdings noch nicht in Zahlen gegossen. Wir wissen, dass die Betreuungsquote eigentlich doppelt so hoch sein sollte. Das würde auch helfen, Arbeitslosigkeit tatsächlich zu vermindern. Je intensiver ich einen Arbeitslosen betreuen kann, desto schneller hat er auch die Möglichkeit, wieder in Beschäftigung zu kommen. Warum das nicht passiert? Weil es politisch nicht opportun ist. Und mit dem Algorithmus versucht man nun etwas zu lösen, was eigentlich ein politisches Problem ist. Und da setzt man nun Technik ein. Und zwar auf Kosten der Arbeitslosen. Und es ist im Übrigen auch kein Zufall, dass wir so einen Algorithmus gerade an dieser sehr schwachen Gruppe ausprobieren. Denn die können sich de facto nicht wehren. Sie fürchten Sperren, sie fürchten Sanktionen. Sie sind tatsächlich davon abhängig, dass sie sich richtig verhalten, damit ihnen hier nichts passiert. Und das, obwohl das Arbeitslosengeld wohlgemerkt kein Almosen ist, sondern eine Versicherungsleistung, für die viele ja auch jahrelang eingezahlt haben. Wir wissen, dass Arbeitslosigkeit unglaublich belastend ist. Ökonomisch, sozial, psychisch. Und was wir tatsächlich brauchen, ist ein Mehr an persönlicher Betreuung, mehr Unterstützung, mehr Möglichkeiten, mehr Beschäftigungsangebote, einfach mehr Support. Gerade in Zeiten einer Corona-Rekord-Arbeitslosigkeit. Wir finden, der Algorithmus sollte im Prinzip gar nicht kommen. Aber wenn die Regierung davon nicht absieht, dann muss man auch auf eine wichtige Sache hinweisen. Zumindest bis 2022 sollte er ausgesetzt werden. Denn im Algorithmus sind historische Daten verarbeitet. Kein einziger Corona-Tag ist als Grundlage herangezogen. Die Modelle zur Einstufung werden auch nicht mit tagesaktuellen Daten gefüttert. Das heißt, während Corona sehen wir, dass unterschiedliche Branchen ganz unterschiedlich stark betroffen sind. Wir haben jene, die einfach nur ins Homeoffice geschickt wurden. Wir haben jene Branchen, die stark auf Kurzarbeit gesetzt haben. Und wir haben gerade im Bereich der Gastronomie, der Hotellerie, Rekordarbeitslosenzahlen. Um diese neue Normalität im Algorithmus auch abzubilden, braucht es das Jahr 2021 als Datenbasis. Auf Basis der Daten aus 2019 jetzt Förderentscheidungen zu treffen, das ist tatsächlich absurd. Vielleicht als konkretes anschauliches Beispiel. Zum Beispiel ein Kellner oder ein Koch, der vor Corona im Städtetourismus zum Beispiel in Salzburg gearbeitet hat, dessen Chancen würden am Arbeitsmarkt sehr hoch eingeschätzt werden. Andreas hat das gerade schon erwähnt. Wer als hoch eingestuft wird, hat kein Anrecht auf Weiterbildungs- oder Umschuldungsmaßnahmen. Aber im Moment hat er auch keine Chancen, einen Job zu finden, weil sich der Tourismus noch nicht erholt hat und auf Sicht auch lange noch nicht erholen wird. Der hat aber ab 1. Juli keine Chance auf AMS-Förderung, keine Kurse, keine Lohnbeihilfen, weil er im Segment hoch eingestuft wird. Das ist tatsächlich ein ganz konkretes Problem für Menschen, die momentan ohne Job sind. Und jetzt übergebe ich an den Wissenschaftler am Podium. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ben Wagner von der Wirtschaftsuni Wien und ich leite da das Sustainable Computing Lab. Ich werde oft in diesen Kontexten immer wieder gefragt, gerade als Wissenschaftler, ob das denn notwendig ist, technisch das so umzusetzen, wie das umgesetzt worden ist. Und Technik gerade in diesen Kontexten wird gerne als neutral, als alternativlos, als moderne Antwort auf die vielen Probleme, die man sieht, hingestellt. Und uns wird dann gezeigt, dass diese Technik ja auch funktionieren kann und viele Dinge weiterentwickeln kann. Und man muss leider sagen, dass in dieser Form es definitiv Alternativen gibt und gäbe. Man könnte diesen Algorithmus viel transparenter gestalten. Man könnte eine objektive externe Kontrolle ermöglichen. Man könnte auch gerade in dieser Situation, wo es wirklich um Diskriminierungsmöglichkeiten geht, die nicht nur verstetigt werden, sondern gar verstärkt werden können, ganz anders operieren. Und vom internationalen Stand der Forschung, was bisher bekannt ist aus diesen Bereichen, ist das nicht in Einklang zu bringen mit dem aktuellen Algorithmus. Daher merken wir ganz deutlich, dass es Alternativen geben könnte. Und gerade auch im internationalen Vergleich muss man leider sehr deutlich sagen, andere Länder, die ähnliche Algorithmen eingesetzt haben, haben sehr große Probleme gehabt. Sei es in Polen, sei es in Schweden, sei es in Australien. Immer wieder merkt man, dass Fehler entstehen und dass, wenn diese Fehler entstehen, die Organisationen, die diese Algorithmen einsetzen, nicht in der Lage sind, angemessen diese Fehler zu korrigieren. Und wie wir bereits gehört haben, genau auf den Rücken derjenigen, die eigentlich am schwächsten sind und eigentlich am stärksten geschützt werden mussten. Und das ist für mich auch ein zentraler Punkt an diesen technischen Systemen, die gerade eingesetzt werden. Gerade im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, gerade im Bereich der Versicherung, wo man darauf angewiesen ist, müsste eine besondere Sorgfaltspflicht gelten, müsste man besonders vorsichtig sein, um sicherzustellen, dass die Menschen, die es eh nicht immer so leicht haben, sich zu wehren, wenn man vielleicht an der Universität ist und viele Seminare besucht oder GADA unterrichtet, ist es viel leichter, sowohl den aktuellen Stand der Forschung zu kennen, als auch sinnvoll darauf reagieren zu können. Es ist etwas ganz anderes, wenn man gerade seinen Job verloren hat und sich dann in so einer Situation wehren soll. Und deswegen ist es ganz deutlich zu sagen, es geht auch anders. Man kann es sowohl technisch als auch organisatorisch anders lösen. Und es gibt auch positive Beispiele international. Polen zum Beispiel hat den Algorithmus abgeschaltet. New York und Kanada setzen Audits ein, um systematisch zu überprüfen, wenn solche Algorithmen eingesetzt werden, dass sie auch funktionieren und dass sie auch das tun, was sie tun sollen. Und das unbedingt, gerade in den Zeiten, in denen Menschen tagtäglich auf die Straße gehen, gegen Diskriminierung. Es kann nicht sein, dass wir Diskriminierung, die in der Gesellschaft entweder schon entsteht oder auch in Organisationen schon entsteht, noch verstärken. Das sind Systeme, die man höllisch genau anschauen muss und auch furchtbar genau überprüfen muss, bevor man sie einsetzt. Und nicht erst dann überlegen, wenn sie eingesetzt worden sind, dass da vielleicht Dinge sein könnten, die man nicht gut findet. Das heißt, Transparenz wäre deutlich zu überprüfen und zu verbessern. Der internationale Stand der Forschung sollte berücksichtigt werden und systematisch eingebaut werden. Es braucht unabhängige, externe, objektive Überprüfungen und Kontrolle. Und es ist nicht notwendig, dass das System so gebaut ist. Man kann das auch anders machen. Man kann das auch besser machen. Und wenn man das besser macht und auf die vielen Stimmen, nicht nur meine, sondern aus unterschiedlichen Ecken der Wissenschaften gehört, wir haben Wissenschaftler von der Technischen Universität Wien, von der Universität Wien, von unterschiedlichen Universitäten in ganz Österreich gehört, die alle gesagt haben, sie sehen da Probleme. Und erst dann, wenn diese unterschiedlichen Stimmen gehört werden, wenn systematisch diese wissenschaftliche Kritik eingebaut worden ist in so ein System, kann man anfangen, darüber zu reden, wie es vielleicht aussehen könnte oder ob sein System in der Form überhaupt sinnvoll ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also wir sehen, es gibt viele Gründe, warum dieses System ungerecht und unfair ist und warum es abgeschaltet gehört. Darum ist unsere Aussage und unsere Aufforderung an Frau Minister Aschbacher stecken. Ziehen Sie den Stecker von diesem System. Ziehen Sie den Stecker, bevor dieses System Beraterinnen und Berater dazu bringt, Fehlentscheidungen zu treffen, weil sie sich auf vermeintlich objektive Computersysteme verlassen. Diese Systeme sind nicht überprüfbar. Sie sind nicht wissenschaftlich überprüfbar. Sie schreiben einen linearen Trend fort in Zeiten, die sich nicht linear entwickeln. Wir haben eine ganz große Umbruchphase gerade. Diese Daten, die vor Corona erstellt worden sind, waren vor Corona schon wenig brauchbar. Jetzt sind sie komplett unbrauchbar. Dieses System gehört sofort abgeschaltet. Wir haben noch einerseits ein Infovideo vorbereitet und andererseits haben wir eine Sieben-Forderungskampagne, die ich auch gerne vorstellen möchte. Der Arbeitsmarktservice Österreich wird in naher Zukunft den sogenannten AMS-Algorithmus einführen. Dieser wird alle betroffenen Menschen in drei Kategorien sortieren. Je nachdem, wie hoch der Algorithmus ihre Chance einschätzt, in Zukunft einen Job zu finden. Wird einem Menschen prophezeit, hohe Chancen zu haben, geht man davon aus, dass er keine Hilfe benötigt. Werden mittelhohe Chancen vorausgesagt, wird er mit Weiterbildungen gefördert. Schätzt der Computer, dass die Chancen niedrig sind, bekommt die betroffene Person keine Weiterbildungen, aber kostengünstige Förderangebote. Grundsätzlich ist es sehr problematisch, dass ein intransparent arbeitender Algorithmus über persönliche Schicksale entscheidet. Ein Algorithmus kann, im Gegensatz zu einem Menschen, Doppeldeutigkeiten und Unsicherheiten, die vor allem in schwierigen Zeiten immer Teil des Lebens sind, nicht in seine Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Darüber hinaus birgt eine derart vereinfachte Kategorisierung, die für die Bearbeitung durch einen Computer nötig ist, ein sehr hohes Risiko der Diskriminierung. So wird zum Beispiel eine Person aus den USA, die möglicherweise perfektes Deutsch gelernt hat, trotzdem abgewertet. Denn das System unterscheidet nur zwischen Menschen aus Österreich, der EU und Nicht-EU. Lebenserfahrung und Sprachfähigkeit werden ignoriert. Und vergleicht der Algorithmus eine alleinstehende Mutter mit einem alleinstehenden Vater, so wird die Frau immer schlechter bewertet. Denn es wird immer davon ausgegangen, dass die Mutter durch ihre Betreuungspflicht beeinträchtigt ist. Ganz egal, ob sie eine Kinderbetreuung hat oder nicht. Natürlich soll die letzte Entscheidung vorerst noch bei den menschlichen Beraterinnen und Beratern liegen. Doch Polen hat 2014 ein ähnliches System eingeführt. Und dort haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schnitt bei 200 Entscheidungen nur ein einziges Mal getraut, dem Computer zu widersprechen. Schalten wir deshalb gemeinsam dieses ungerechte System ab. Unterschreibe die Petition, teile dieses Video und hol dir alle Infos unter amsalgorithmus.at Ja, vielen Dank. Zu unseren Forderungen. Einerseits und als allererstes fordern wir, dass Menschen und nicht Computer entscheiden sollen. Das heißt, Menschen sollen aufgrund von nachvollziehbaren, wirklich nachvollziehbaren Kriterien darüber entscheiden, ob Personen, arbeitslos gemeldete Menschen, Zugang zu staatlichen Leistungen erhalten können. Sie sollen nicht die Entscheidungen des Computers nur abnicken. Und so wie es jetzt ausschaut, ist dieser Algorithmus abzulehnen und gehört abgeschaltet. Das ist Teil der ersten Forderung. Zweitens, Fähigkeiten fördern statt Schwächen bestrafen. Wir wollen, dass es mehr Möglichkeiten gibt, dass Menschen Bildung erhalten in diesem Land durch Förderungen, durch Ermöglichungen von Weiterbildung. Da werden auch Sachen denkbar wie Uni- oder Hochschulstipendien zu ermöglichen, die derzeit nicht möglich sind. Drittens, natürlich braucht es gerade mehr Ressourcen für das AMS. Und das auch für die Beraterinnen und Berater beim AMS. Die sollen mehr Möglichkeiten erhalten, sich weiterzubilden, damit sie auch besser auf die Menschen eingehen können. Das Recht auf Information. Menschen, die beim AMS vorstellig werden, sollen alle Informationen über ihre Rechte erhalten. Dass sie genau informiert sind, was dürfen sie, was sind ihre Rechte, was sind ihre Pflichten. Und dass sie da nicht aufgrund der Machtunebenheiten sich in einer Defensivposition befinden, wo sie auf ihre Rechte freiwillig verzichten, weil sie nicht darüber informiert sind. Fünftens, und das ist auch ein wichtiger Punkt, umfassende Transparenz. Dieser Algorithmus ist mit unser aller Geld entwickelt worden. Und deswegen muss er höchste Transparenzstandards erfüllen. Das heißt, die Daten müssen offengelegt werden. Eigentlich sollten wir nicht mal danach fragen müssen, aber selbst wenn wir danach fragen, dann müssen zumindest die Informationen hergegeben werden. Das ist nicht der Fall, das ist rechtswidrig. Geben Sie uns alle Computermodelldaten. Sechstens, ein Risikocheck für Algorithmen. Es gibt internationale Standards, es gibt Kanada und die Stadt New York, die ein sogenanntes Algorithmic Impact Assessment gemacht haben. Das heißt, man nimmt sich einen Algorithmus vor, schaut, was sind deren Auswirkungen auf eine Gesellschaft als Ganzes. Gibt es negative Feedbackzyklen, negativer Feedbackzyklus. Eine Person wird als ungeeignet für den Arbeitsmarkt eingestuft, bekommt dann nicht die Betreuung, die diese Person braucht, bleibt ungeeignet für den Arbeitsmarkt. Das System hat dadurch sich selbst bestätigt, weil es die Person so schlecht eingeordnet hat. Und zu guter Letzt, freiwillige Teilnahme. Wenn dieser Algorithmus wirklich toll ist und wirklich gut ist, dann soll er dadurch überzeugen, dass er gut funktioniert. Das heißt, die Menschen sollen freiwillig daran teilnehmen, weil sie überzeugt sind, dass das System funktioniert, weil sie sich von den Vorzügen des Systems überzeugen und nicht, weil sie unter Druck gesetzt werden und gezwungen werden, sich so einem System zu unterwerfen. Das sind alle unsere Forderungen. Wenn Sie diese Forderungen unterstützen wollen, bitte besuchen Sie amsalgorithmus.at und zeichnen die Petition. Sie haben dort auch die Möglichkeit, die Arbeitsministerin Aschbacher zu kontaktieren. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Auszug über Ihre AMS-Daten dort zu bekommen, wobei ich darauf hinweisen muss, das AMS wird Ihnen nur eine Einstufung über den Algorithmus geben, wenn Sie gerade als arbeitslos gemeldet werden. Und wahrscheinlich kann Ihnen auch Ihre Beraterin, Ihr Berater diese Auskünfte erteilen. Genau. Und die Petition kann dort auch nicht nur gelesen und unterschrieben, sondern auch geteilt werden. Und ich bin jetzt offen für Fragen aus dem Publikum. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank an das Podium. Gibt es Fragen hier aus dem Raum? Das Mikro kommt zu Ihnen, wenn Sie eine Frage haben. Einfach aufzeigen. Ja, einen Moment. Ich wollte euch fragen, wisst ihr, wann der jetzt eingeführt wird, der AMS-Algorithmus? Das ist eine gute Frage. Die Antwort lautet schon zu Beginn des Jahres und gleichzeitig irgendwann. Denn dieses Testsystem ist österreichweit ausgerollt und ist auf allen Computern des AMS für die Beraterinnen einsichtig. Das heißt, jetzt schon können sich die Beraterinnen und Berater anschauen, wie die Leute eingestuft werden und ihre Entscheidungen darauf passieren. Es hätten auch alle Beraterinnen und Berater darauf geschult werden sollen. Das ist wegen Corona ausgesetzt worden. Das heißt, wir haben die tolle Situation, die Menschen sind nicht geschult auf das System, aber sie bekommen die Daten angezeigt. Die verpflichtende Einführung ist jetzt aufgeschoben worden, wahrscheinlich auch wegen Corona. Aber was ist der Unterschied zwischen verpflichtender Einführung, wenn die Daten schon angezeigt werden? Ja, nächste Frage. Eine Frage an Herrn Wagner. Es gibt ja in der künstlichen Intelligenz vermehrt den Einsatz von künstlichen neuronalen Netzen, wo dann die Software quasi eine Blackbox ist, wo man nicht mehr nachvollziehen kann, was wirklich genau passiert, wie die Entscheidungen zustande kommen. Ist der AMS-Algorithmus so etwas oder ist das eher noch ein klassisches Computerprogramm, wo man die Entscheidungsfindung recht gut nachvollziehen kann? Es geht beim AMS-Algorithmus um ein klassisches statistisches Modell, bei dem bestimmte Parameter eingegeben werden und man versucht auf Grundlage dieser Parameter sagen zu können, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Mensch wieder einen Job findet. Und da braucht es gar keine technischen Finessen, um Transparenz herzustellen. Das ist auch keine zwingende Blackbox, wo man irgendwie ein besonderes technisches Kunstwerk bräuchte, um da hineinschauen zu können oder erklären zu können, wie das stattfindet. Es ist ein ganz normales System, das heißt im Umkehrschluss auch, die Blackbox ist eine Entscheidung, die man getroffen hat. Und Transparenz herzustellen, wäre sowohl technisch als auch organisatorisch wenig kompliziert. Moment, Mikrofon aus dem Weg zu Ihnen. Ja, meine Frage knüpft jetzt daran an, es gibt eben verschiedene Merkmale, die in diesen Logarithmus offenbar einfließen. Wissen Sie etwas darüber, wie Gewicht, also ob diese einzelnen Merkmale gewichtet sind und wenn, wie sie gewichtet sind? Also es gibt unseres Wissens nach ungefähr 96 Modelle, rechnerisch vielleicht sogar noch mehr. Wir haben von einem Modell, das unterscheidet zwischen hohen Chancen und mittleren Chancen, die Gewichtung der Parameter. Und dieses Modell entscheidet nur dazwischen, wer hoch und wer mittel eingestuft wird von dem System. Das heißt, die ganzen Fälle einer potenziellen Diskriminierung im niedrigen Bereich, die wissen wir nicht. Da haben wir keine Fälle der Gewichtung. Also wir kennen einen Bruchteil von den Daten und das ist eben dem AMS anzulasten, dass es uns diese Daten nicht gibt. Aber wir haben alle Daten auf unserer Website publiziert, die wir vom AMS erhalten haben. Das ist Epicenter Works. Wenn man da auf Aktuelles geht, kann man nach dem Thema AMS suchen. Wird auch unter dem YouTube-Video eingeblendet sein, ein Link, wo man alle unsere Daten, die wir bekommen haben, einsehen kann. Also was bekannt ist, haben wir publiziert. Wenn es nicht bekannt ist, bitte das AMS fragen. Wir würden uns freuen. Gut. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Ja. Also eine Forderung lautet, dass Menschen entscheiden sollen. Jetzt provokant gefragt, in der Vergangenheit haben Menschen entschieden. Ist da alles gut gelaufen? Nein, natürlich nicht. Wir kennen ja durchaus die Kritik, dass auch Menschen durchaus falsche Entscheidungen treffen oder mit Vorurteilen agieren oder aufgrund von Stereotypen durchaus falsche Entscheidungen treffen. Allerdings, das hat der Kollege sehr schön ausgeführt, der Algorithmus schützt uns davon nicht. Diskriminierungen, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind, werden auf diese Art technisch externalisiert. Es ist dann nicht mehr der Mensch, der dafür zu kritisieren ist, sondern es hat die Maschine so entschieden. Und es verstetigt Dinge, die in unserer Gesellschaft schon vorhanden sind. Und das Problem dabei ist vor allem auch, dass wir wissen, wie mächtig Technik ist. Sie kennen alle die Zeitungsberichte, wo Menschen, obwohl sie das Einbrandschild vor den Augen haben, trotzdem dem Navi folgen und gegen die Einbahn fahren oder bei der Brücke runter oder was auch immer. Obwohl sie sehen, dass das eine falsche Entscheidung wäre. Weil die Technik als so wichtig und mächtig eingeschätzt wird, dass die es jedenfalls besser weiß. Das heißt, die größte Sorge, die wir haben, ist, dass AMS-Bereutreuerinnen und Betreuer, die durchaus sehen, dass die Person, die vor ihnen sitzt, jede Chance hätte, wieder einen Job zu finden, sich nicht traut, dem System zu widersprechen. Insbesondere, wo man ja auch sagen muss, dass das ja innerhalb des AMS mit dem Kostendruck und dem Zeitdruck, den die Menschen haben, auch so gar nicht vorgesehen ist. Und den Mitarbeiter möchte ich sehen, der ständig gegen den Algorithmus entscheidet, das macht er genau einen Tag und dann biegt der Abteilungsleiter um die Ecke und fragt ihn, was das eigentlich soll. Also der Druck auf die Betreuerinnen und Betreuer wird dann beträchtlicher sein in dem Kontext. Und an dieser Stelle vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung. Die Gefahr, die man sich da natürlich auch vorstellen kann, ist, dass wir demokratiepolitisch Gestaltungsspielraum verlieren, wenn Arbeitsmarktreformen irgendwann einmal nur noch ein Software-Update eines Algorithmus sind. Es geht ja hier am Ende auch um Zugang zu staatlichen Leistungen. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Nein? Okay. Gut. Dann sagen wir vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke fürs Kommen. Vielen Dank. Vielen Dank.